Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Galaxy Und bevor ihr euch wundert, ich hab gerade eben mir so überlegt Ja, wir haben jetzt halb zwölf Uhr abends Und ich habe gerade eben den anderen Part aufgenommen Nehmt euch doch gleich nochmal auf, weil ich um die Uhrzeit ja sonst nichts besseres zu tun habe Ja Aus diesem Grund hab ich mir gedacht, gut Schadet ja bestimmt nix Let's go Oh ne Im letzten Part haben wir nämlich auch noch herausgewunden, dass es die Schabernachkometen gibt Und wir haben hier Anflug auf rote Komet Ich weiß dritt gar nicht, was der rote Komet war Egal Was soll ich die vielleicht machen, sobald sie da sind? Kommt Ich mach's einfach mal Ich weiß es halt eben gerade nicht mehr, ob danach die Galaxie abgeschlossen ist oder nicht Deswegen würde ich sagen, machen wir's einfach mal Oh je Zeitangriff Der Sternenregenpfad Ich ahne, es wird hier ein paar Fails geben Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es kann sein Und ja, wir sollten uns hier auf jeden Fall nicht zu viel Zeit lassen Bei Zeitangriff im Turm Vier Minuten haben wir Zeit Na gut, das ist jetzt die erste Zeitsmission, ich glaub jetzt nicht, dass die so heftig sein wird Trotzdem sollten wir uns beeilen Gut, okay, es ist jetzt auch nicht die erste, aber eine der ersten auf jeden Fall Ist Oh, Steuerung Wegen, ja Hoffentlich schaffen wir's recht schnell Immerhin ist es nicht der Kampf, ne? Da hätten sie aber auch echt ne Bösele-Mission aussuchen können Drei Minuten haben wir noch Ja gut Schaffen wir, glaub ich Oh ne, das war ja das hier Das hat uns jetzt Zeit gekostet Lass mich in Ruhe Oh nein, hier alle großen Teile kaputt machen Oder waren's alle? Ich weiß es schon gar nicht mehr Ne, es waren nur die großen, okay Oh je Nein Oh je Ich hoffe, die sind hier wirklich einigermaßen genädigt mit der Zeit Na gut, wir sind jetzt gerade beim letzten Hindernis Es scheint knapp zu werden Gut, wir hatten noch ein paar Patzer Das darf halt nicht passieren Aber es sieht bis jetzt ziemlich gut aus für uns Es ist auch kein ekelhafter Stand, den man irgendwie nur sehr schwer erreichen kann Und selbst wenn wir hatten jetzt nur eine Minute Zeit Jetzt ist es nur noch den Weg, der nach unten läuft Und uns das Teil unter den Nagel zu reißen Oh Gott sei Dank Bitte lass uns den Schluss der Mission gewesen sein Bitte, 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 bitte Oder der Galaxie, besser gesagt Bitte, 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 bitte. Ich kann ihn nicht ab. Bitte, 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 bitte. Nein, das war nicht das Ende. Nein. Feindliche Basis entdeckt. Oh, schon. Und wir messen unerhört große Energiemengen. Was treiben die da bloß? Es war natürlich nicht das Ende. Ich hätte vielleicht vor allem halt speichern sollen, ne? Mist. Bau zur Sternfabrik, okay. Na, es war nicht das Ende, aber wir können momentan nicht dahin. Das heißt, wir machen ein altes Testball. Oh je, ist aber auch schon ewig her, seit ich das gemacht habe. Ich hoffe, ich weiß es noch. Wundersamme Reise des Sternenballs. Okay. Das ist auf jeden Fall so ähnlich wie Golf, das weiß ich noch. Oh, ich weiß nicht, wie man es steuert. Ah, Schildfried. Hey, hey. Wenn du auf den Sternenball steigen willst, dann hör gut zu, was Schildhilfe ist es diesmal, okay, dir zu sagen hat. Also, spring auf den Sternenball. Ach so, war das genau. Gut, du bist drauf, dann halte die Wifah-Bundinung nach oben. Ja, das ist die grundlegende Haltung. Aus dieser Grundhaltung neige die Wifah-Bundinung, um den Sternenball zu rollen. Oh je. Mit A springst du, wenn jemand den Weg ist, überroll ihn einfach. Nur Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Das stimmt sogar. Also, diesen Spruch muss ich wirklich sagen, das stimmt. Bisschen Zielrollen. Na, super. Ja, je schneller man ist, desto schwerer kann man natürlich... Oh, sorry, wenn ich nicht zu stiller sein sollte. Auf jeden Fall. Und das war's. Ciao. Oh, das ist schwer. Immerhin müssen wir uns das Gelaber nicht nochmal anhören. Und ich glaube, ich muss gleich niesen. Das ist dann etwas unpraktisch. Die Musik klingt aber immer besser, je schneller man ist. Aber es geht hier nicht um die Schnelle. Es geht hier lediglich drum, durchzukommen. Nebend. Oh, das gibt's doch nicht. Mann. Okay. Es ist schwerer, als man denkt. Oh, die Musik ist so schief. Oh, ich kann nicht auf Stopp machen. Scheiße. Warum auch immer es jetzt wieder nicht geht. Das war jetzt so gut. Und dann steht dieser blöde Kumba genau davor. Ich muss mal auch dran denken, die Viva-Milienung immer nach oben zu halten. Wenn ich gerade nichts machen muss. Ja. Klar, es wurde uns zwar gesagt, wir sollen alles, was im Weg liegt, überrollen. Aber es ist eben nicht so schlau, das ständig und ununterbrochen zu machen. Boah, ey. Der Letzte ist richtig ekelhaft platziert, wenn ich das mal so sagen darf. Oh. 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 Das wird noch was. Wobei ich aber nur noch fünf Versuche, ne? Okay, im Overscreen möchte ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Boah. 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 Ja, ich bin durch. An sich nicht so schwer. Ich weiß. Aber wenn der Letzte so ekelhaft platziert ist. Das kann schon als ein oder andere mal etwas ekelhaft ausgehen. Wir haben es dann doch im dritten Versuch geschafft. Oder war es schon der vierte? Keine Ahnung. Na ja, der Schwierigkeitsgrad, der bleibt halt nicht stehen, ne? Galaxie komplett, ja wohl. Ähm. Das mit dem Ton soll eigentlich nicht so sein. Ich weiß jetzt nicht, was das gerade war. Äh. Stimmt doch alles. Ach so. Jetzt dachte ich gerade. Und ja, ich weiß, ich habe gerade vorsehen nicht gespeichert. Das ist jetzt nicht so schlau. Naja. Gut. Kann ich noch nicht machen, okay? Gut, aber ich sage, gehen wir zur Kampffelsen-Galaxie. Klar, logisch, wir haben den Boss. Deswegen ist die Musik so komisch. Jetzt dachte ich gerade, irgendwas spielt mit einer Capture-Card rum. Deswegen gehe ich auch gerade gespeichert. Riesenfestung aufgetaucht. Okay. Ich glaube, das ist eine Riesenfestung aufgetaucht. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich drauf komme. Oh je. Das war die Galaxie. Ihr seht schon. Ich bin sehr beeindruckt und sehr glücklich. Über die Galaxie. Oder allgemein über alle Galaxien hier. Ich liebe das Badezimmer. mit seinen Galaxien. Die sind alle so schön. Ich liebe sie. Nicht. Und warum nicht? Nun ja, die sind alle irgendwie so... Ey. Die sind alle irgendwie so komisch, die Missionen. Ich weiß auch nicht. Das sind witzige Gegner hier. Vor allen Dingen nachher mit den Schabernack-Teilen. Da wird's witzig. Nicht. Kann ich jetzt schon sagen. Also wir haben ja bis jetzt eine gemacht. Die war... Ja. Es ging. Es war halt angemessen. Sagen wir's mal so. Aber es wird noch schlimmer. Die Beschabernack-Mission unter dem hier. Zumindest die eine ist ekelhaft. Hier noch was. Aber kann ich da erlauben. Sieben. Ähste. Stirb. Immerhin, die Missionen sind noch nicht so schwer. Da gibt's später auf jeden Fall noch mehr... ...wo richtig schlimm sind. Aber ich muss ja echt sagen, ich weiß fast gar nichts mehr vom Spiel. Es gibt ein paar Sachen, wo ich noch weiß. Und einige, wo ekelhaft sind. Wo ich mir noch gemerkt hab. Aber das meiste weiß ich irgendwie schon gar nicht mehr. Mal gucken, was da noch so auf uns zukommt. Sehr schön. Äh, das wird nicht so schön, glaub ich. Äh, ja, guck mal, ne. Ein Sternenregen. Oh je. Jetzt kommt der Müll hier. Jo, wir müssen hier nämlich jetzt wunderschön ausweichen. Und das ist oftmals leichter gesagt als getan. Oh, man. Oh. 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 Da muss man jetzt drüber springen. Ja. Ja, mein Hals tut weh. Warum? Ich will nicht krank, wer? Denn. Äh. Echt? Die Mission ist ja kurz. Kurz mal wieder Leben auftanken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaub, hier gibt's Kugel-Villies da oben. Dann schauen wir mal. Boah, war das knapp. Bloß weil Mario sich da festgehakt hat. Die Vorderen kriegen wir auf jeden Fall immer, glaub ich. Aber die Hinteren werden ein bisschen schwerer. Boah, ehrlich jetzt, Kugel-Villie. Komm jetzt. Das Warn-Up da würde ich mir zwar sehr, sehr gerne holen, Problem ist einfach nur, es bringt mir nichts. Weil ich nach dem Part eh wieder nichts mehr habe von dem. Kugel-Villie? Ich hab den Kugel-Villie kaputt gemacht. Den Stern hab ich schon mal frei. Das war jetzt auch wirklich nicht so schwer. Gibt's da noch irgendwas? Nee, natürlich nicht. Auf der anderen Seite natürlich das Warn-Up. Und wisst ihr was, die Sternenteile dann können mich grad mal. Sorry, aber die sind's mir jetzt ehrlich gesagt nicht wert, noch länger, das in die Ränge zu ziehen. Gut. Sehr schön. 17 Sterne haben wir jetzt schon. Gut, weiter geht's. Das war jetzt die Mission und ich glaub, der Ender war sich jetzt hier und es hat nochmal eine, wo er ähnlich ist. Da gibt's auf jeden Fall was Ekelhaftes. Schleich dich in die Wiesenfestung. Okay. Mach ich doch glatt. Also irgendwann gibt's auf jeden Fall noch so eine richtig ekelhafte Nebenmission. Da bin ich auch froh, wenn ich die hinter mir hab, weil die ist auf Zeit und die ist... Äh. Da hab ich glaub ich mal eine halbe Stunde, wenn ich sogar noch länger dran gesessen. Äh. Bob-Oms. Tote Bob-Oms. Welch Skandal. Werf weg. Boah. Ich bleib einfach mal bei der hier. Das wollte ich grad sagen. Hoffentlich bin ich auch richtig gelandet. So. Jo. Bob-Oms haben's auch ins Spiel geschafft. Das sind komische Teile hier. Oh, und hier ist nochmal ein Robi, Luma. Würde ich sagen, helfen wir doch gleich mal dem. Beziehungsweise wie viel braucht der? Boah. 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 Wir haben's immer ganz knapp. Boah. Oioioioi. Also das könnte wirklich auch mal schlimmer ausgehen. Ja, ich hab den diesmal nicht vorgelesen. Weil das ist ja immer derselbe Text. ist und was hat er denn für mich ein neuer planet ist aufgetaucht ich hoffe nicht dass es der ist den ich glaube es sieht schlecht aus das ist eine sackgasse du bist in einer in der deponie aber wer jemand hat eben nicht brennbaren will hinein geworfen wenn ich dir die mittelgebe machst du hierher sauber na klar o danke danke oje das war das ich glaube das geht noch da gibt es auf jeden fall noch schlimmere also eins kommt später noch das ist richtig ekelhaft knapp aber ich glaube ich schaff's auf die sekunde vielen vielen dank jetzt ist es hier schön sauber aber übrigens ich habe das hier gefördert nimm das war das knapp auf die letzte sekunde vielen dank dass du mir geholfen hast ja bitte schön aber das war jetzt auch noch die leichte version von einer anderen situation wo es so ähnlich ist die ist übel das kann ich schon mal jetzt sagen da müsst ihr jetzt wirklich sehr viel täuschen die metaponie der riesen festung okay also ich bin mit ziemlich sicher dass es dann noch mal was gab das auch richtig ekelhaft war und das hier ist bam 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 galaxie oje ich würde sagen wir mal jetzt hier muss man weiter wobei ich die bam bam galaxie eigentlich auch hätte machen können jetzt schnell wobei wisst du was machen wir die so sieht es aus wenn man einfach wieder raus geht machen wir die dann auch heute dann ist es würde ich sagen auch gut für heute die bam 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 galaxie renn und musizier klingt einfacher als es wahrscheinlich im endeffekt dann ist renn und musizier was sagt er hier dieser boden verschwindet wenn man auf ihn tritt pass auf warum könnte eigentlich die kumpass hier drauf stehen ich bin hier herum gelaufen aber der boden ist unter mir verschwunden das ist gefährlich es gibt einen es gibt einen 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 sich auf wo w es we 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 Oh, first try, würde ich sagen. Ja, nice. Ja, hier kann man auf jeden Fall nicht mehr sterben, wenn man das einmal hingekriegt hat. Aber ich würde mal sagen, das habe ich richtig gut jetzt sogar hingekriegt in zwei Minuten. Das war zu schnell für mich. Viel zu schnell. Nice. Nee. Ich weiß, ich habe jetzt eh schon in dem Part gespeichert. Muss ja nicht sein, dass mir das nochmal passiert, oder? So, ich würde sagen, machen wir nochmal eine Kampffels. Und dann ist aber wirklich für heute gut, außer ich schaff das jetzt innerhalb von 30 Minuten. Also, bevor wir 30 Minuten haben. Eigentlich jetzt. So, das kennen wir ja bereits. Das nehmen wir noch schnell mit. Das da unten lassen wir jetzt einfach mal. So. Man muss es ja nicht noch mehr in die Länge ziehen. Bäm. Gut, die Mülldeponie haben wir ja jetzt. Hilfe. Oh. Also, ich habe die hier teilweise echt schwerer in Erinnerung, als sie dann doch im Endeffekt dann waren. Die Aufgaben. Was ich gut finde. Danke. Das hier ist für dich. Per Wandel. Hallo. Ha. Habe ich doch noch vorgelesen. Ja, das weiß ich doch in der Zwischenzeit. Also, bitte. Das muss man mir doch jetzt nicht nochmal erklären. Ich weiß es doch. Da ist es auf der Rückseite. Ein unnötiges One-Up. Das hier ist allerdings nicht unnötig. Zum Beispiel der Affir, weil das hier nämlich alles Minen sind. Oh, jetzt dachte ich, das hat sich richtig reagiert, weil irgendwie diesmal nicht der volle Sound kam. Okay, was kommt denn hier jetzt auf uns zu? Äh. Total beschissen gewesen gerade, aber ich habe es noch zu mir hingekriegt. Sehr schön. Au. Ja, wobei, ich glaube, das geht sogar noch ganz knapp. Boah, wirklich ganz knapp. Ja, ich muss sagen, das fand ich jetzt ganz cool. Bis jetzt. Erstmal die komplette Basis irgendwie zerstört, ohne dass wir überhaupt irgendwas gemacht haben. Wir waren einfach nur drin. Trotzdem ist die ganze Basis zerstört worden. Und ich würde sagen, wir schauen uns das erstmal an, bevor wir hier durchlaufen. Mit der Bombe. Klar. Nichts. Einfacher als das. Wobei. Hö, wir können ja drüber springen. Okay, das ist wirklich einfacher. Ja, also mega einfach. Ich weiß nicht, was das daran schwer sein sollte. Vielleicht die Tatsache, dass man vergisst, dass man ja... Oh. Oh. Dass man ja drüber springen kann. Oh, oh. Fuck. Shit. Das war alles das Schwere. Äh, darf ich... Ne, ne. Ich glaube nicht, dass das... Ich glaube nicht, dass ich das nochmal machen muss. Doch, darf ich. Hab euch auch ein Diebentwickler. Natürlich habe ich jetzt auch wieder 2 Leben, ist ja klar. Man könnte ja sozial sein, eventuell. Gut, das Level ist jetzt an sich nicht so schwer. Dass ich jetzt hier nochmal 3 extra Leben brauche, ja. Aber gut. Jetzt aber. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, für Likes und Kommentare. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Wenn jetzt nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Oh. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Oder auch nicht. Bye.